Sie kennen das Problem. Sie wollen ihr Bromden Abfahrt bereit machen und weil wieder verdreht sich das Alu-Klemmstück. Um dieses Problem zu verhindern, hilft Ihnen die XXS Bromden Spring. Diese wird ganz einfach mit dem rechteckigen Stück zum Knebel hin über die Schraube gesetzt und anschließend wieder reingeschraubt. Die Feder drückt das Alu-Klemmstück vom Rahmen automatisch weg und das Plastikstück sorgt dafür, dass es sich nicht bewegen kann. Die Bromden Spring verschneidet fast komplett im Rahmen. Das Plastikendstück findet Platz zwischen dem Rahmen und dem Hohlraum des Alu-Klemmstücks. In der Praxis sieht das Ganze dann so aus. Bromden Falten noch leichter.